Dere Leute und willkommen zu einem neuen Video von uns von den Kindergarten Bros. Heute ist Sebastian leider nicht da. Er hat nämlich noch was zu machen. Hat er mir geschrieben. Und ja, ich zeige euch heute, wie ich editieren und baue noch drei Wochen Maus und Tastatur spiele. Was? Maus und Tastatur spielen kann. Also wie gut ich bin. Und ja. Die erste Map ist Edit Map. Zack. Bereit machen. Let's go. Zwei Sekunden. Eine Sekunde. Zwei Sekunde. Ich will sagen wie die machten. Ein, zwei, drei. Ja. Ein, zwei, drei. Und let's go. Bam. Tak. Let's go. Bam, 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 bam. Wenn ihr habt. Vor kurzem oder seit gestern oder heute haben wir die 170 Abonnenten endlich geknackt. Danke dafür. An jeden einzelnen. Wirklich vielen Dank. Teilt auch gerne das Video schon mal. Wenn ihr Video-Themen habt oder Challenges. Also okay, ich hatte ja eigentlich auch dazu. Aber ja, schreibt es in die Kommentare. Würde uns sehr, sehr freuen. Und ja, ich muss schnell was umstellen. Zack, zack, zack. Jetzt besser. Es werden aber dieses Jahr noch viel bessere Videos kommen. Weil wir kaufen sich heuer bei einem Gaming PC. Sebastian und ich. Und ja, das ist halt dann viel besser. Für die Videos. Dann können wir auch besser schneiden. Huch. Und ja. Mann. Das kapier ich manchmal nicht. Das blöd ist auch, wenn ihr Maus und das du Dua auf PS4 spielt. Habt ihr auch Delay. Das ist nicht so lecker. Das ist geil. Aber ja. Am Schluss zeige ich euch noch meine Settings. Die sind finde ich für Anfänger sehr, sehr gut. Weil. Weil. Ja, also, keine Ahnung. Mann. Wang. Warum kann ich gerade nicht editen. Kann mir das in meine Kommentare bitte. Schreiben. Bam. Boom. Bam. Zack. Boom. Boom. Bam. 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 Boom. 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 Boom, bam, bam. Boom, bam, bam. Boom, bam, zack. Bam, bam. Man. Zack, zack. Boom. Hallo. Bam, bam, zack. Bam, bam, bam. Zack. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Also, nee. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Bam, zack. Komm. Hallo. Bam, boom. Zack. Bam, zuck, bam, zuck, zuck. Bam, 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 bam. So. Ah, das war halt schlecht. Aber ich würde sagen, wir sehen sich dann nochmal auf eine andere Map, dass ihr seht, wie gut ich bauen kann nach drei Wochen. Und ja, bis gleich. Also, ich sage jetzt schon mal so, ich bin jetzt nicht der beste Bauer nach drei Wochen. Es gibt sicherlich bessere. Aber, ja. Ich vergesse halt manchmal. Ich probiere auch diesel besser zu werden. So wie jeder. Aber was ich euch einen Tipp geben kann. Also, alle heißen müsst ihr eure Sens mal finden. Eure perfekte Sensi. Weil ihr könnt nicht von anderen Pro-Gamern die Sensi übernehmen, weil jede Maus eine andere TPI hat. Das ist halt nicht so, wie wenn ihr auf Controller zuckt. Da muss ich euch das schon mal sagen. Ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich, Alter. Weil manche glauben, wenn sie das von Pro-Gamer nehmen, dass sie dann genauso gut sind. Also, habe ich einen Freund zum Beispiel gemacht. Ja, das war aber dann nicht der Fall. Weil er dann nicht gewusst, mit welcher TPI er zuckt. Ja. Zack. Zack. Abseilen habe ich früher nicht können. Jetzt kann ich's. Also, auf Controller schon. Aber auch mal was er tun ist. Zack. Bam. Zack, zack, zack. Mann. Ah. Ich werde dich erst mal probieren. Aber ja, so schaue ich circa aus. Also, so spiele ich circa nach drei Wochen Maus und Tastatur. Jetzt zeige ich euch noch schnell meine Settings. Zack, zack. Dann. Dann. Da, ganz normal Sprinten habe ich aus, weil ich Autosprinten anhab. Autorennen ist. Rechte Alt-Taste. Rechte Alt-Taste. Ducken. Linken. Linkes. Linkes. Oder wieder schon, hast keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der Technik-Profi. Da, da. Zack. Boom, boom. Bam, bam. Ach, Mann. Zack. Da. Hier. Hier. Alles hier. Verspawn. Dann die Markierungen. Emote. Habe ich Standard einfach lassen. Das ist jetzt nicht das Allwichtigste. Ja. Das kann ich eigentlich noch umändern. So. Ding. Ja. Na. Schaut. Haha. Jetzt ist es umgeändert. Inventar. EC. Karte. Standard. Map. So. Ja. Das sind meine Settings. Links. Das kann ich auch noch mal herzeigen. Da ist glaube ich alles an. Außer das letzte ist es aus. Siehst du das? Ton hier. Musik. Lautstärke. Arts. So. Ja. Tja. Ähm. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, das gerne ein Like und ein Abo. Da. Ähm. Ein Like mit dem Abo da. Ähm. Teilt auch gerne das Video. Ja. Schreibt in die Kommentare. Auch gerne. Welche Video Verbesserungen, Vorschläge wir haben. Ich glaube ich habe eh schon gesagt. Und. Video Ideen. Ja. Ich würde sagen. Ciao, ciao. Hau dran. Bis zum nächsten Mal. Und bis morgen. Peace. 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 Peace.